Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Im Club fragen sie, warum du nicht mehr kommst. Weil es mir keinen Spaß macht, immer zu verlieren. Wenn du nicht trainierst. Weißt du, ob Vater zu Hause ist? Müsste er eigentlich. Am Samstag? Na, ich weiß nicht. Was meinst du denn? Er ist doch fast keinen Abend mehr zu Hause. Er macht Überstunden. Da ist doch irgendwas. Eine Bilanz oder sowas. Ja, sagt er. Stimmt denn das nicht? Jemand hat ihn gestern Abend gesehen. Aber nicht im Büro. Wo denn? In so einem komischen Lokal. Papa? Was schreist du denn so? Muss doch nicht gleich jeder hören. Tu doch nicht so geheimnisvoll. Du glaubst doch nicht... Ruhig. Ach, da seid ihr ja gleich beide. Hast du gewonnen, Helga? In zwei Sätzen. Ach, schön. Sie wird noch Clubmeisterin. Dann müsste ich morgen aber einen sehr guten Tag haben. Tag, Mama. Gibt's denn heute nichts zu essen? Ach, ich versuche mich ums Essen zu drücken. Aber euer Vater reagiert nicht. Ich dachte, wir gehen vielleicht aus. Wo ist dein Vater? In seinem Zimmer. Warum will er denn nicht ausgehen? Er sagt, er hat zu arbeiten. Aber ich merke nichts davon. Jürgen! Sprich du doch mal mit ihm. Auf dich hört er vielleicht. Tag, Vater. Ach, Tag, Junge. Wie spät ist es denn? Halb eins. Ist dir nicht gut? Doch, doch. Das heißt, ich muss mir was überlegen. Und das habe ich schon den ganzen Vormittag getan. Beruflich? Wie? Ja, natürlich. Nichts Schlimmes, nichts Besonderes. Es geht eben heute alles nicht mehr so glatt wie früher. Mama will ausgehen. Führ du die beiden doch aus, Jürgen. Ich habe zu arbeiten. Musst du noch weggehen? Wieso? Gestern Abend hatte ich einen Freund von mir gesehen. Gestern Abend? Ja. In einem Nachtlokal. Ja, aber ich wollte... Und Mama hat gemeint, du warst im Büro. Na, wie sieht es aus? Kannst du deinen Vater losreißen? Nein, das kann er nicht. Aber ich will dir einen Vorschlag machen, Margot. Geh du doch mit Helga Forellen essen. Ich habe das Geld schon in der Hand. Du kommst nicht mit. Nein. Ach, würdest du mir Jürgen hier lassen? Ich möchte gerne etwas mit dir besprechen. Das heißt, wenn du lieber mitgehen willst... Nein, nein, ich bleibe schon hier. Was? Was willst du denn mit Jürgen? Ich habe dir doch gesagt, dass ich etwas mit ihm besprechen will. Also, was willst du denn mit ihm besprechen? Und der Junge hat doch auch Hunger. Nein, Mama, ich habe keinen Hunger. Wir schlagen uns ein paar Eier in die Pfanne. Sag mal, du hast nicht zufällig die Absicht, uns das Wochenende zu verderben? Aber davon ist doch gar keine Rede, Margot. Ich habe gewiss nicht die Absicht, euch das Wochenende zu verderben. Gewiss nicht. Stimmt was nicht, Vater? Wieso? Sieht man mir an, dass etwas nicht stimmt? Ja, eigentlich schon. Ich weiß mir keinen Rat mehr. Ich zermatre mir den Kopf, aber ich sehe keinen Ausweg aus meiner Situation. Ich habe Unterschlagungen begangen. Was hast du? Du hast richtig verstanden, Unterschlagungen. Ich habe im Laufe der Zeit über 100.000 Mark verantreut. Mein Gott. Und nun wirst du mich fragen, warum. Warum, Vater? Wie soll ich dir das erklären? Ich bin da hineingeschlittert. Ich wollte euch alles bieten. Ihr solltet keinen Mangel leiden. Mangel ist natürlich Unsinn. Ich wollte, dass meine Familie etwas Besonderes darstellt. Das fing mit Kleinigkeiten an, ganz harmlos. Mit Vorgriffen auf meine Provisionen. Ich führte, dass ich dazu geradezu ein Recht hätte. Schließlich bin ich Prokurist der Firma. Sie hat mir große Gewinne zu verdanken. So jedenfalls habe ich das von mir selbst zu entschuldigen versucht. Zuerst habe ich auch immer alles zurückgegeben. Und dann habe ich versucht, durch größere Beträge schnellere Gewinne zu erzielen. Und das ist daneben gegangen. Und jetzt? Jetzt sitze ich in der Tinte. Mit 100.000. Und Montag ist Revision. Revision? Und übermorgen fliege ich auf. Haben Sie denn schon was gemerkt? Das glaube ich nicht. Die Revision war sowieso fällig. Nur diesmal kommt sie etwas früher. Aber du wirst doch so einen Betrag irgendwo auftreiben können, Vater. Du kennst doch genügend Leute von der Bank. Natürlich, aber die verlangen Sicherheiten. Und was ist mit dem Haus? Kannst du keinen Kredit aufnehmen auf das Haus? Das habe ich doch schon getan. Deine Lebensversicherung? Ist schon beliebt. So, also wir gehen jetzt. Kommt ihr mit? Nein, Mama. Fahrt ruhig los. Was habt ihr denn zu besprechen? Das spielt doch keine Rolle. Es ist wegen meines Studiums. Ach, und ausgerechnet heute. Also warum denn? Mama. Ja, ist es gut. Kann ich deinen Wagen nehmen? Ja, ja, natürlich. Hier ist der Schlüssel. Oh, entschuldige bitte. Was ist los, Hans? Nichts. Was soll los sein? Nichts ist los. Na schon. Ihr werdet schon sehen, was ihr davon habt, wenn ihr zwei so attraktive Frauen alleine ausgehen lasst. Was, Helga? Es ist sehr die Frage, wann wir heute Nachmittag nach Hause kommen. Nehmt euch Zeit, macht euch einen angenehmen Nachmittag. Tja. So ist das. Du warst aus gestern Abend. Hängt das mit deiner Situation zusammen? Ach, ich hatte so eine verrückte Idee. Es lohnt mich, davon zu sprechen. Warum denn nicht? Was war das für eine Idee? Du weißt, was das für ein Lokal ist, in dem ich gestern Abend war? Ich weiß nur, dass es einen ziemlich schlechten Ruf hat. War es eine Verbrecherkneipe. Wer da verkehrt, hat ein paar Jahre weg und die entsprechenden Erfahrungen. Was wolltest du da? Ich dachte mir, ich könnte vielleicht jemandem einen Tipp geben. Einen Tipp? Ja, wenn bei uns eingebrochen würde. In die Firma. Nachts rein. Den Kassenraum aufgebrochen. Was dann, Vater? Da liegt immer sehr viel Bargeld. Ich habe den Kassenraum unter mir. Niemand würde wissen, wie viel Geld fehlt. Es würden eben 100.000 Mark mehr fehlen. Damit wäre die Sache vom Tisch, verstehst du? Ja. Und? Was heißt und? Was stellt man sich so vor uns dann? Ja, was war dann? Ich habe eine Stunde da herumgesessen und bin ich nach Hause gegangen. Gott sei Dank. Die hätten dich ja völlig in der Hand gehabt. Ja, das habe ich mir schließlich auch gedacht. Es war gut, dass du das nicht gemacht hast. Sehr gut, Vater. Obwohl, die Idee, der Einfall an sich ist nicht schlecht, nicht wahr? Wenn das eine Möglichkeit ist, wozu brauchen wir da fremde Leute? Wie stellst du dir das vor? Das ist die Alarmanlage. Die kennen nur wenige Menschen in der Firma. Man müsste sie ausschalten. Dann käme man sofort zu mir und ich müsste ein hundertprozentiges Alibi haben. Und wenn ich es mache? Bist du verrückt? Aber wenn das eine Möglichkeit ist. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Na, du sagst, es gibt keine andere. Ich will nicht weiter darüber sprechen. Aber es ist doch absolut sicher, das hast du selber gesagt. Ich will nicht, dass du weiter darüber sprichst. Aus, Schluss, vorbei. Also was hast du denn vor am Montag? Nimm doch mal an, du hättest jemanden gefunden in der Kneipe. Dem hättest du doch sagen müssen, wie er reinkommt, ohne dass er den Alarm auslöst. Ja, natürlich hätte ich das. Und die Zahlen. Welche Zahlen? Für die Kombination. Und wie er den Tresor aufkriegt. Das kannst du mir doch auch sagen. Ich kann dich doch da nicht mit hineinziehen. Aber ich bin doch schon mittendrin. Hör doch mal zu, Vater. Mehr als 20 Jahre lang hast du für mich gesorgt. Alles in Ordnung gebracht. Jetzt tue ich das für dich. Das ist doch Wahnsinn. Ich kann doch nicht zulassen, dass du einen Einbruch begehst. Und ich kann nicht zulassen, dass er dich ins Gefängnis stecken. Das können sie mit dir auch. Aber es ist doch überhaupt keine Gefahr. Das hast du doch selber gesagt. Wenn ich weiß, wie ich reinkomme. Wenn du mir die Kombination gibst. Und das Geld. Das macht mir keine Gewissensbisse. Das ist eine Gewissensbisse. Die haben dich sowieso schlecht genug bezahlt. Sag mal, sind die nicht überhaupt versichert? Das sind sie wohl. Vater, wenn das ein Ausweg ist, warum machen wir das nicht? Ich habe leider keine zusammenhängenden Karten mehr bekommen. Einer muss alleine sitzen. Gib mir die Karte. Was denn? Wir sitzen nicht zusammen? Die besten Karten waren schon ausverkauft. Wo ist denn das? Hinten? Auch mir macht das nichts aus. Gebt schon her, Helga. Also weißt du, das finde ich aber scheiße. Ist doch nur ein bisschen weiter hinten normal. Das ist alles. Geht ihr doch schon mal voraus, ja? Bis nachher, Vater. Willst du es dir nicht doch noch überlegen? Macht dir doch keine Sorgen. Bis zur Pause bin ich wieder da. Tschüss. 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 Vielen Dank. 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 Und... Ja, ... 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 Danke, Schwester. Aber Jürgen, was hast du denn? Du bist ja völlig außer dir. Hast du nur noch bewusstlos? Noch nicht zu sich gekommen? Sie sind weg, nur noch ein paar Routinefragen. Nichts Besonderes. Was ist los? Jürgen hat mit dem Krankenhaus telefoniert. Und? Er lebt noch, Vater. Er lebt. Gott sei Dank. Na natürlich, Gott sei Dank. Solange er noch bewusstlos ist. Was ist denn los? Was ist mit dem Mann? Warum ist Jürgen so aufgeregt? Was fragst du mich? Ich gehe jetzt. Wohin? Ich fahre ins Krankenhaus. Ja, ich dachte, wir würden zum Tennisclub rüberfahren. Wir könnten dann mit Helga zusammen Mittagessen. Ich fahre ins Krankenhaus. Waren im Theater. Die ganze Familie. Sag mal, mit dem Jürgen ist doch was. Ja, das habe ich gesehen. Schirmer ist kalt wie ein Profi, was? Schönes Alibi, hat er. Ungefragt, schnuch das runter wie ein Gebet. Harry! Sie können mich nicht so ganz aufhören. Geht sie denn so schlecht? Jedenfalls ist keine Besserung eingetreten. Sein Herz ist nicht besonders. Aber man tut doch alles für den Mann, nicht wahr? Alles, was man tun kann. Schwester, können Sie mir nicht sagen, was mit ihm passiert ist? Oder soll ich warten? Vielleicht kann ich doch den Arzt sprechen. Du hörst doch, dass es nicht geht. Wieso nicht? Ich warte hier, bis er Zeit für mich hat. Ich darf doch warten, oder? Entschuldigung! Entschuldigung! Herr, wir erkunden uns gerade nach dem Befinden des Patienten. Kriminaloberinspektor Derek, Schwester, das ist Inspektor Klein. Kann man den Patienten schon sprechen? Eine Minute. Gar nichts rausgeschlossen. Er ist noch nicht bei Bewusstsein. Es darf niemand vorgelassen werden, auch die Polizei. Wo ist der Arzt, Schwester? Kommen Sie mit. Danke. Na ja, der Arzt wird ihm auch nichts anderes sagen können. Wir sind natürlich interessiert daran, den Mann sobald wie möglich zu vernehmen, nicht? Na ja, ich verstehe. Aber selbst wenn er jetzt zu sich kommt und seinen Zustand, Schock und so, dann wird er doch eher nur fantasieren. Ich meine, mit einer brauchbaren Aussage können Sie doch da nicht rechnen, oder? Doch, doch. Damit rechnen wir. So. Na ja, ich bin zwar kein Fachmann, aber das verstehe ich nicht. Ach, da ist ja der Arzt. Die Geschichte nimmt Sie sehr mit? Ja, ja, natürlich. Sie kannten doch den Fachmann gar nicht. Nein. Er tut Ihnen leid. Ja. Na ja, alter Mann über 60. Über 60 ist er? Ja. Und nicht besonders kräftig. War ziemlich lange krank. Es war also ganz einfach für den Täter, nicht? Wussten Sie, dass der Wachmann eine Pistole bei sich hatte? Hat er? Aber er hat nicht geschossen. Also, wie ich sagte, es darf niemand zu ihm. Nicht einmal seine Frau durfte bei ihm bleiben. Seine Frau? Ja, die Frau war die ganze Nacht hier. Es hat keinen Sinn, Jürgen. Die Frau ist von anstrengend. Tja, wir müssen jetzt Geduld haben, Frau Balte. Möge Gott ihm helfen. Äh, Frau Balte, mein Sohn möchte Ihnen gerne sagen, das heißt, wir möchten Ihnen gerne beide sagen, wie sehr wir diesen Unglücksfall bedauern. Als ich heute früh sagte, dass ich ins Krankenhaus fahren wollte, um mich um Ihren Mann zu kümmern, bestand mein Sohn darauf gleich mitfahren zu dürfen. Ich danke Ihnen. Ich habe mich schon bei Ihrem Vater bedankt für seine Anteilnahme. Aber ich bitte Sie, das ist doch selbstverständlich. Ich darf nicht bei ihm drin bleiben. Er kämpft, er kämpft mit dem Tod. Wir wünschen ihm alles Gute. Ich hätte gerne noch etwas Persönliches mit Frau Balte besprochen, wenn Sie nichts dagegen haben. Ja, ja. Ach, bitte kommen Sie doch mit, liebe Frau. Ähm, wenn Ihr Mann wieder das Bewusstsein erlangt und Sie zu ihm dürfen, dann sagen Sie ihm doch bitte, dass wir da waren. Ähm, Herr Schirmer und sein Sohn Jürgen, und dass wir uns persönlich um ihn kümmern werden. Auch finanziell. Das soll nicht nur ein Trostpflaster sein. Ich werde dafür sorgen, dass die Firma sich darum kümmert. Danke, Herr Schirmer. Besten Dank. Mein Mann hat immer sehr gut von Ihnen gesprochen. Ja, das freut mich. Ja, Jürgen, ich glaube, wir gehen jetzt am besten hier, können wir ja doch nicht mehr helfen. Alles Gute, Frau Balte, alles Gute. Danke, Schwester. Was hat Herr Schirmer Ihnen versprochen, Frau Balte? Wir sollten uns keine Sorgen machen um das finanzielle Gewirke, das alles regeln. Es sind alles sehr gute Menschen. Ja, bis auf den, der Ihren Mann auf dem Gewissen hat. Komm, Harry. Schirmer aus. Oder sagen wir, er weiß Bescheid. Er weiß genau Bescheid. Du weißt, weswegen er hier ist. Er hat Angst, dass der Wachmann redet, nicht? Ja. Na, ich schnapp ihn mir. Ich nehme jetzt keine Rücksicht mehr. Das heißt, was ist denn? Was wollen Sie denn schon wieder? Ich habe meine Aussage gemacht. Das kann sich doch nur noch um Belanglosigkeiten haben. Sonntag ist sowieso im Eimer und die Alibi ist keine Belanglosigkeit. Also bitte fangen wir nochmal von vorne an. Ich habe Ihnen gesagt und meine Familie hat das bestätigt, dass wir im Theater waren. Na gut, ich will die Theaterkarten sehen. Die Theaterkarten? Das ist eine derartige Unterschenke. Ähm, wo sind die Karten? Margot? Ja? Margot, wo sind die Karten? Was für Karten? Na, die Theaterkarten von gestern Abend. Ich verstehe gar nicht. Wozu brauchst du sie denn? Die Herren wollen mein Alibi überprüfen. Offenbar hält man mich für den Täter. Was? Das ist ja unglaublich. Selbstverständlich waren wir im Theater. Ach, du siehst doch, dass man uns nicht glaubt. Also hol die Karten. Sie werden sich gleich sehr entschuldigen. Bei meinem Pech. Ich habe die Karten nicht. Ja, aber ich habe sie dir doch gegeben. Die hat Helga. Die muss Helga noch in der Tasche haben. Ja, dann hol die Tasche. Die Herren sind nur durch Augenschein zu überzeugen. Ach, das ist... Ungeheuerlich. Und was sagst du dazu? Alibi, Alibi, wie sich das anhört. Als ob ich ein Schwerverbrecher wäre. Und das nennt sich Rechtsstaat. Na, wo ist die Herren Tasche? Helga hat die Tasche mitgenommen. Die Herren werden uns vielleicht begleiten? Ja, ja. Gut, wir wollten ja sowieso zum Tennis gefahren. Ich kann mich ja auch da entschuldigen. Weil ich ja das bist. Das ist ja vorgehen. Ich kann mich ja auch da entschuldigen. Ernst des Raussens. Dievehrefinnen. Von den Mausen. Von den Mausen. Die ist ja das in derpolitik. Die puzzeln. Die sind nicht genau so. Die sind ja auch. Ein Gewinn. Ich fürchte, Sie werden sich noch eine Weile gedulden müssen. Wir können ja nicht vier Mann hoch da einfach reinplatzen. Das ist ja Dr. Wege. Jürgen, geh doch mal zu ihm und frag ihn, wo Helga ist und ob sie im Endspiel ist. Ich hoffe, Sie sind sich im Klaren darüber, was es bedeutet, eine Sporterin vor einem Endspiel auf diese Weise zu irritieren. Aber darauf können Sie natürlich keine Rücksicht nehmen. Nun, ist sie im Endspiel? Ja, sie ist im Endspiel. Das ist ja prima. Im Moment trainiert sie auf Platz vier. Bitte Sie doch einen Augenblick herzukommen mit der Handtasche. Ich hoffe, Sie sind damit einverstanden oder wollen Sie mit der Sirene auf den Platz fahren? Es genügt durchaus, wenn ich die Karten sehe. Die Theaterkarten habe ich nicht. Dann müssen Sie an meiner Handtasche sein. Ah, da sind sie ja. Was hat denn die Polizei damit zu tun? Sie wollen nur die Karten sehen. Ach, da seid ihr ja. Kommt doch mal her. Entschuldige bitte, dass wir dich beim Spiel stören mussten. Aber zunächst einmal gratuliere zum Finale. Danke, Papa. Jürgen sagte, dass man die Theaterkarten sehen will. Ja, man hat heute Nacht im Betrieb bei uns eingebrochen auf ziemlich mysteriöse Weise. Und die Polizei, die Herren sind von der Polizei, prüfen jetzt die Alibis der Betriebsangehörigen nach. Bitte, meine Herren. Wann fängt denn das Endspiel an? In einer halben Stunde. Da sind wir ja gerade richtig gekommen. Wo ist denn die vierte Karte? Jürgen, gib doch mal deine Karte her. Ja, du komm. Mach schon, Junge. Mach, 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 mach. So, bitte. Wir konnten leider keine zusammenhängenden Plätze bekommen. Ich saß zwischen meiner Frau und meiner Tochter. Mein Sohn saß ein paar Reihen hinter uns. Sie können das bestätigen, Frau Schirmer. Aber selbstverständlich. Frau Schirmer? Ja, natürlich. Obgleich ich überhaupt nicht verstehe, was Sie mit dieser Frage bezweifeln. Sie saßen also nicht... Aber das sehen Sie doch. Ein paar Reihen hinter uns. Stimmt, ja. Ich habe meinen Sohn in der Pause noch gefragt, ob er vorne sitzen wollte, aber er wollte nicht. Zufrieden? So, mein Schatz, du kannst wieder zurückgehen und nimm mal gleich mit. Ich will mich nur noch von den Herren hier verabschieden. Tja, damit wäre die Sache für uns ja wohl erledigt. Sie haben Ihre Pflicht getan, vielleicht sogar ein bisschen mehr als sonst. Aber das muss man ja heutzutage wohl hinnehmen. Mann, ja, nicht unbedingt. Ja, Klein? Ja, danke. Herr Schirmer? Kommen Sie bitte noch einmal zurück. Ja, bitte. Das Krankenhaus hat eben angerufen. Der Wachmann ist gestorben. Mein Gott. Auf Wiedersehen, Herr Schirmer. Warum fahren wir denn, Stefan? Ich halte er schon. Schau mal den Rückspiegel, Herr Riech. Ich bedauere natürlich den Tod dieses Mannes, aber so wie die Dinge stehen, konnte uns nichts Besseres passieren. Er hätte dich erkannt. Und wenn er dich nicht erkannt hätte, dann hätte er dich beschrieben. Die Gefahr ist Gott sei Dank vorbei. Ja, ich schäme mich nicht zu sagen, Gott sei Dank. Du bist viel zu empfindlich, so kommt man nicht durchs Leben. Lass einige Zeit darüber vergehen, da wirst du nicht mehr daran denken. Da haben wir ganz andere Sachen vergessen müssen. Übrigens, der Wagen, den du dir immer gewünscht hast, darüber können wir jetzt sprechen. Das ist doch auch was. Was ist denn? Nichts, Vater. Nichts. Vielen Dank. Was meinst du? Was, der Junge? Die einzelne Karte, hm? Ja. Harry, jetzt kannst du mir seinen Vater holen. Ja. 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 Musik Musik Musik